Ich bin darüber aufgeregt, dass der Rapper weg ist, ist dann oben ins Gebüsch gelaufen, hat dann gesehen, dass der Rapper irgendwie 50 HP hat oder so, und dann noch getötet. Der stand da wirklich drei, vier Sekunden einfach nur dumm auf der Stelle rum. Wahrscheinlich noch länger. Oh, sad times. Ne, ich bin der unsichtbar, du Bruder, du siehst mich nicht. Ask Blade, harte. Der kriegt nicht mal Schaden.